Hallo, ich bin Joey. Darf ich vorstellen, das Gimu Robot Minikit von UBITEC Robotics. Bei Gimu Robot handelt es sich um ein interaktives Baukastensystem, mit dem du deinen eigenen Roboter bauen und programmieren kannst. So macht Lernen Spaß und du erlebst spannende Technik in der Praxis. Der Robotik gehört die Zukunft und du kannst direkt daran teilhaben. Aber beginnen wir von vorn. Öffne zunächst die robuste Box. Hier findest du alles Nötige, um Lust zu legen. Eine leicht verständliche Kurzanleitung, eine Schachtel mit Bauteilen für die Figuren, Steckverbinder, ein Netzadapter, vier Roboter-Servomotoren, Halterungen und eine zentrale Steuereinheit. Nun gilt es, unseren Roboter zu bauen. Scanne zunächst den QR-Code oder suche nach Gimu im Google Play Store oder Apple App Store, um die kostenlose Gimu-App auf dein Smartphone oder Tablet herunterzuladen. Tippe in der App auf die Schaltfläche Model und wähle aus, welches der Minikit-Modelle du bauen möchtest. In der Box findest du alle Teile, die du zum Bauen der drei vordefinierten Figuren benötigst. Sobald du ein Modell ausgewählt hast, wird in der App eine 360-Grad-Ansicht mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bauen der jeweiligen Figur angezeigt. Das Gehirn von Gimu-Robot ist die zentrale Steuereinheit, die seine Bewegungen steuert und an die Roboter-Servomotoren angeschlossen ist. Diese Servomotoren fungieren als Gelenke und setzen Gimu-Robot in Bewegung. Achte beim Bau deiner Gimu-Robot-Figur unbedingt auf ihre ID-Nummer und verbinde die Teile an den richtigen Stellen. Tippe auf das rote Bluetooth-Symbol, um dein Smartphone oder Tablet mit deinem Roboter zu verbinden. Tippe anschließend auf die angezeigte Schaltfläche Gimu. Sobald Gimu-Robot aufgeladen ist und du verbunden bist, kann der Spaß beginnen. Verschaffe dir zunächst einen Überblick über Gimu-Robots Talente, indem du auf der Figurenseite auf Actions klickst. Wähle eine Aktion aus, um herauszufinden, was deine Gimu-Robot-Figur so alles kann. Diese Funktionen bieten eine gute Gelegenheit, sich mit der Steuerung deines Gimu-Robots und seinen vier Servomotoren vertraut zu machen. Du kannst diese Aktionen zu einem Controller in der Figurenseite hinzufügen. So kannst du deinen Gimu-Robot schnell und in Echtzeit steuern. Tippe einfach auf das Plus-Symbol und rufe die Seite Create Action auf, um neue Aktionen zu erstellen. Hier kannst du jeden einzelnen Servomotor an seiner ID-Nummer über die App steuern oder die Bewegung aufzeichnen, indem du auf Record tippst und deinen Gimu-Robot nach Bedarf positionierst. Wiederhole diesen Schritt so lange, bis du eine Bewegungsfolge erstellt hast. Speichere die Aktion und füge sie deinem Controller oder deiner Bewegungsfolge hinzu. Das Besondere an Gimu-Robot im Vergleich zu anderen Robotern? Mit den Programmiersprachen Blockly oder Swift kannst du Bewegungsabfolgen für deine Figuren definieren, um ihnen Leben einzuhauchen. Es ist ganz einfach, Blockly zu verwenden. Wähle einfach Blöcke mit Aktionen und Richtungen aus. Ziehe die Blöcke und ordne sie in der Folge ein, in der Gimu-Robot sie ausführen soll. Die Programmiersprache Swift wird automatisch in der von dir angeordneten Reihenfolge geschrieben. Werde Teil der Gimu-Community und teile Fotos und Videos deiner Gimu-Robot-Aktionen, Tänze oder eigenen Kreationen. Schau dir an, was andere Gimu-Tüftler kreiert haben. Mit Gimu-Robot kannst du deine Kreativität sowie deine Konstruktions-, Programmier- und Technikfähigkeiten erweitern. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Benutze einfach deine Fantasie, um aus den Blöcken den Roboter deiner Träume zu schaffen. Wie entsteht diese Magie? Öffne eine Box von Gimu-Robot und finde es heraus. Gimu von Ubitech Robotics. Dream with Robots. Dream with Robots.